Hier abseits der Gymnastrada-Meile hat sich Vorarlberg bewegt, gemeinsam mit der Gymnastrada etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Kinder können hier turnen, sich bewegen, aber natürlich auch relaxen, was besonders gut ankommt, nachdem hier die Sonne endlich zum Vorschein gekommen ist. Weiters findet hier ein Beachvolleyballturnier statt, bei welchem zahlreiche Delegationen und auch Vorarlberger mitspielen. Außerdem natürlich auch hier im Freien die Turnvorführungen der Gymnastrada-Teilnehmer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.